grüßt euch leute das bloß ein kleines video am rande eine kleine information hatte die woche absolut keine zeit was zu machen um video zu schneiden oder sonstiges da ja bloß eine kleine info an euch jetzt unter der woche kommen zwei videos einmal das wo ich jetzt war kommt morgen oder übermorgen ist es kommen aber ich denke mal morgen und dann geht es offiziell weiter freitags immer die tage ein bisschen stressig gewesen daher mal ein bisschen im wald ein bisschen runter kommen also ciao sehr oral so Untertitelung des ZDF, 2020